und ich bin immer Level 1, also das ist schon eine, das muss man jetzt mal hinkriegen, durch die Landschaft zu ziehen und Level 1 zu sein. Also, ha? Und das Level 1 ist einfach das, was man da überhaupt sowieso nicht weiterkommt. Ja, moin. Ja, tschüss. Guck mal nach oben, ne? So, dann mal gucken, was sie für uns hat. Müssen wir denn hin hier? Können wir das mal... Müssen wir doch... Ja, ne, wir müssen doch hier raus, oder nicht? Ja, jetzt sagt uns wieder, es soll wieder runter, aber was willst du denn von mir? Der schwarze Mottenbärden. Im Weißen sind wir ja auch begegnet. War das der Weiße? Keine Ahnung, der andere, aber auf jeden Fall stärker. Viel, viel stärker. Nö. Äh? Warum, ich hier soll ich doch rein. Ja. Ich soll nicht rein. Da hin, oder nicht? Bin ich jetzt irgendwie doof? Wo muss ich denn nochmal hin? Ah, ich kann ja wieder laufen, ey. Wieder vergessen. Stimmt, hier ging es lang. Ich erinnere mich. Hoi, Leute. Gut, dann geht der halt runter, ist mir doch ruhig. Hm. Der liegt da ruhig. Will er da halt liegen bleiben. Wenn er meint, es tut ihm gut. Ist mir auch wurscht. Ich bin nicht sein Papa, ja? Ja, 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 ich erinnere mich. Jawohl. Warum renne ich überhaupt nicht, wenn ich's kann. Wieder hoch, Junge. Danke. Tschüss. So. Haben wir es auch gleich geschafft. Ähm. Da, na, siehst du wohl. Und hier bin ich, Schnuckelchen. Hallo. Ja. Ja, der Bürgermeister bin ich. Das ist ein stadtweites Software-Update für alle Roboter der Gemeinde. Hm? Es muss mithilfe der Sendeanlage auf dem Dach hochgeladen und übertragen werden. Sobald sie dort sind, wird ich sie per Sprechanlage durch den Vorgang. Ich würde ja eine Wartungsmannschaft schicken, aber so wie ich das sehe, würde die sie einfach umbringen. Und zu meinem großen Leidwesen wurde ich ohne Hände gebaut. Ich fürchte also, dass sie das selbst erledigen müssen. Moin. Von diesem Büro aus haben sie Begräbungszugang zum Dach. Meine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass es nun keine größere Hilfe sein kann. Da auch ein Anzug. Weil. Da hatte ich den Dadevorgang. Ähm, wo denn? Ach, da. Das machen wir doch noch. Das machen wir doch noch in dieser Folge. Hoffe ich mal, dass es nicht zu lange dauert hier. Einmal ganz oben, bitte. Ach ja. Und für die letzte Folge dann habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ja, bin ich dabei. Da. Und der. Auf die Übertragung und den stadtweiten Neustarmband. Ja, hier, ne? Ah ja. Hochladen. Ja. Es scheint einen Fehler im Update-Programm zu geben. Durch die Überwachungssoftware tätig für einen Virus gehalten wird. Eine vollständige Absperrung des Gebäudes wurde eingeladen. Und ein Sicherheitsdrupp ist auf dem Weg. Noch einmal, meine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen keine größere Hilfe sein kann. Macht dich sowas von fertig? Macht dich sowas von fertig? Ja, ja. Die müssten dann doch hier hinkommen, oder nicht? Ja, hier, ne? Oh, nö. Jetzt kommst... Komm nicht auch noch du hier? Natürlich. Autsch. Es passt ja mal wieder richtig gut, ey, ne? Speer. Na los, wirka jetzt. Autsch, jawoll. Wollt ihr nicht gerade mal? Ähm. Das was? Den nehmen wir mal. Den nehmen wir mal. Und die bauen wir nicht. Oh, moin, Mr. Kanzi, was läuft. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Warte. Oh, Mensch. Boah, ja, die kann nichts machen. Warte, er ist schon von alleine. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich seh nix immer, ich war ein bisschen blind, ähm, ja moin, und klar, zack, wird er gerade wieder, ja, geil, aber gerade wieder jemand genießt, boah, ist das nervig, ist das nervig, na moin, na, wie geht's denn so, ha, alles klar, wie geht's deinem Freund, ja, nicht, ja, da kommt ja schon, der macht das, oh, schon wieder, das drängt die überall durch, überall, wie nervig das ist, ja, ja, jeder Tag, wow, komm zu her, ja, 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 ich möchte aber erst mal überleben, oh, 115, ey, den nehme ich aber, jetzt geht's los, Alter, komm her, ja, fahrt, 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 Alter, du kriegst ja gleich so eine, fliegst hier runter, so, was haben wir noch da, wenn wir ihn mal rausprobieren, äh, natürlich, ja, das mal nach, wir sind ja gerade uns, äh, unentdeckt, ah, ich glaube, ich komme ja nur, äh, ich glaube, ich komme ja nur, äh, ja, doch, und dann, es kommt an, es kommt an, oh, es kommt sowas von an, hoppala, hoppala, ja, 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 ja Ja, die ist gut. Ich hoffe, du hast die Waffe hältst du da, ja. Ich krieg ihn auch kaum. Ja, oder? Ich schaue es auf, dass das eine längere Folge wird, aber den für jeden Fall, den kriege ich, hole ich mir noch mal da. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was ist denn der, Mann? Du kleiner Nussgeburt, ah, leider. Was? Wo würde ich denn überladen? Wow! Hey, hey, hey! Komm her, du! Dass man immer da nichts sieht, ey, das ist... Mann, warum mach ich denn eigentlich nicht Sniper, wenn der Helfen da kommt? Komm her! Komm her! Du blöde Schiss! Einmal will ich dich! Ein einziges Mal! Ein einziges Mal! Dich hol nicht mehr, Alter! Dich hol nicht mehr, Alter! Lad nach, Alter! Lad nach! Lad nach! Du Mist, Dinger! Und wenn ich meine ganze Munition verpelle! Scheißegal, Alter! Äh, das ist natürlich scheiße! Wollen wir natürlich die hinnehmen! Äh... Wer? Ich sehe natürlich nichts! Mann, ich krieg mich denn nicht mehr, was ist denn los? Warum treff ich mich denn mit der Lige? Oh, ich hasse das! Mh... Jetzt geh ich, komm! Wo komm ich denn hier zu hoch, Mann! Wo komm ich denn hier zu hoch, Mann! Oh, Mann! Gott, dammit, ey! Ich krieg dich, Alter! Ich krieg dich, Alter! Ich krieg dich, Alter! Und dann mach ich jetzt hier einen richtig schönen Brat mach ich da. Du kommst hier, Alter. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Ich feuer ja nicht alle auf mich, ich feuer ja sowas von anders, Oktober. Ja, schön, dass du nicht geschossen hast, weil du runtergefallen bist, Pisser, ey. Natürlich wieder den langen Weg, ja. Boah, ist das nervig, spring doch. Alter, willst du mich verkackern, Mann? Ich, keine Katze, nein. Hört mir mal die. Nein. Ja, schnell, 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 komm. Das geht, das wird. Das kriegen wir hin, Alter. Mit Hilfe von den... Robertier. Ja, 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 ja. Ich krieg mein Blatt, Alter, ich mach dich, äh, einmal Witz. Jawoll. Jawoll. Du bist sowas von plattgemacht, ey. Okay, bl Yani, blênst du... Neugier und schlemm速gerang zuerst? Du hast immer die Grenze verloren. Ja, oh Mann, immer wenn du fällst, ey. Als ob du keine Waffe halten kannst, oder was? Oh, jetzt geht das wieder los, ne? Mann! Wieder hoch jetzt, ey. Ja, spring, spring, spring. Wo ist das Scheiß, wie ich? Ja, ich krieg die noch rein, ich krieg die noch rein. Ich krieg die noch rein. Es kommt schon her, ja. Natürlich, wo bin ich jetzt diesmal gelandet? An der geilsten Stelle überhaupt, ey. Ja, ey. Komm her, Alter. Komm schon! Jawoll! Jetzt mal schön auf dich raufjumpen, ey, da. Alter. Blöde Sch***, ey, da. Boah, das war, das war, Alter. Aber das musst du nochmal sagen, ey, das war ein guter Abschluss hier. Die Folge. Boah! Ja, war Zonga, habe ich schon vorher entdeckt. Aber gut, dass du das auch merkst. So, jetzt stell ich mich nochmal hier hin. So, Papary Halloween Students, stay safe. Get ready for the month of Mesh. Und damit endet auch diese Folge. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2019. Die sehen uns in weit und in anderen Projekten. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. und du und du und